Herzlich Willkommen zurück, meine kleinen Fehlermäuse, zu Let's Play Star Do Valle. Ich habe mich letztes Mal total vertan. Ich dachte, meine Kamera war hier, aber die war die ganze Zeit hier. Deswegen habt ihr jetzt hier unten so ein kleines Symbol gesehen. Ignoriert das einfach. Wir geben dem Gunther, der Gunther, wie er hieß, ja, wir spenden dem etwas. Okay, wir können das überall, wo wir hinwollen platzieren. Hofbuch aktualisiert. Okay. Gunther hat sich darum gebeten, neue Artefakte oder Minerale zum Museum zu spenden. Er meint, es würde dich ab und an mit seltenen Waren kompensieren. So, wir haben ein bisschen Gold erhalten. Finde ich gut. Ich habe noch was vergessen. Ich sehe euch gleich wieder. Okay, da sind wir wieder. Ich habe jetzt einfach mal Steam so ein bisschen ausgemacht. Narzisse, Null Energie. Sammeln. Okay, also das ist wirklich für nichts anderes, außer jetzt Sammeln oder sowas da. Gut. Die Samen, die wir angepflanzt haben, die wachsen einfach. Da müssen wir nichts machen. Während die wachsen, können wir was auch immer wir wollen machen. Und, äh, genau das machen wir auch. So. Ich muss hier rüber. Okay. Und das geht nirgendwo hin. Hm. Sehr gut. Ich zeige euch schnell, wo wir, äh, andere Sachen herbekommen können. Aber, bevor wir da erstmal hingehen, vielleicht sollte ich gucken, wo, ob wir noch ein Upgrade kaufen können für unseren Inventar. Weil wegen. Weil wegen. Genau. Einfach nur bei wegen. Mittwoch, Ruhetag. Mist. Mist, 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 Mist. Ja gut. Dann, äh, müssen wir halt so durch jetzt. Okay. Äh. Achso, wir müssen immer noch Leute kennenlernen. Ich weiß aber nicht, wo... So, wir haben noch drei Leute. Ich weiß nicht, wo wir die finden. Hm. Naja, es regnet. Also, wenn es regnet, normalerweise... Karte. Okay. Ach, wenn es regnet, vielleicht... Wir müssen sowieso nach oben. Denn, da oben finden wir vielleicht, äh, den anderen... Den Bruder von der Mali hieß die, glaube ich? Hieß die Mali? Der da, der hier unten im Keller gewohnt hat. Hier unten. Hallo, ich bin Puppelchen. Ach, der ist nicht da. Ah ja, Sebastian. Genau, so hieß der. Den haben wir noch nicht offiziell kennengelernt. Wenn es regnet, habe ich eine gute Ausrede, den ganzen Tag an meinen Geräten zu basteln. Du brauchst vermutlich eine Menge San zu pflanzen auf deinem Hof an, nicht? Äh, joa. So. Was kann ich für dich tun? Laden, Haus verbessern, Hofgebäude errichten, Haus verbessern. Ich kann dein Haus vergrößern und eine Küche hinzufügen. Es wird dich 10.000 Gold kosten und du musst mir 450 Stücke... Nee, nee, nee. Ja gut. Okay, nee, 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 nee. Ähm. Hm. Ich weiß nicht... Kann ich dir helfen? Nein? Nee, ich kann dir nicht helfen. also da können wir nicht drüber was schade ist vielleicht können wir unten mal gucken leicht ist jemand ich weiß nicht ob die andere leute besuchen also ich weiß schon ich glaube aber ich weiß nicht mehr genau wann wie wo wann was müssen wir jetzt einfach spontan gucken ich glaube bürgermeister zählt schon als kennengelernt ich bin mir da aber nicht so ganz ansonsten können wir einfach hier in die bar reingehen gucken ob jemand drin ist wo haben wir mit der schon geredet glaube schon ich habe gerüchte über seltene und mächtige magische ringe gehört die von langer zeit von vergessenen situationen geschmiedet wurden ich bin mir nicht sicher ob es war oder nur ein mädchen ist hallo kuruk ich bin froh dich zu sehen du bist hier immer willkommen auch gut zu wissen man kann ja auch sachen kaufen glaube ich bier salat brot spaghetti kaffee kartoffel puffer rezept omelette rezept also nur so rezepte komisches brötchen was wohl drin ist ich glaube das will ich nicht wissen okay hier ist auch niemand hier ist auch nichts oh reise des oh gott wisst ihr wie ich aussehen hier das unten sagt mir überhaupt gar nichts jetzt so schießt man okay ich sehe aus wie ein krief und overwatch in pixel version ich bin hier so schlecht in diesen spielen dass es nicht mehr witzig ist das eine eins ich hab doch gesagt ich bin schlecht wo ich darf noch mal die schlimmste waffe der welt okay so gut bin ich doch nicht oh ich darf noch mal oh die eins naja was macht was 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 kann man denn hier machen dorsten ist ein schädelförmiges schlüsselloch wahrscheinlich nichts eine jojo joja cola kaufen ne wir falls ihr euch erinnert am anfang haben wir für joja gearbeitet und wir haben es nicht wirklich genossen beweg dich heute morgen bin ich versehentlich auf einen käfer getreten wie geht's wieso würdest du das tun warte habe ich mit dir schon geredet na wie war deine erste nacht in der alten hütte naja das war meine zweite nacht aber so was okay danke der nachfrage nein das war's nicht immer noch wo finde ich denn die drei leute ich glaube hier haben wir schon alle kennengelernt wer hat hier nochmal gewohnt ah die blauhaare guck mal wer da drin ist du bist nicht gut genug mit hayley freunde um ihn haley komm aus deinem schlafzimmer raus damit ich mit dir reden kann bitte nein okay okay dann halt nicht dann halt nicht okay ähm dann ah ich habe eine idee sie muss irgendwann rauskommen dann gehen wir einfach angeln wir angeln einfach hier ganz zufällig bemerkt bemerkt sie ja auch sicherlich nicht dass wir hier ganz zufällig angeln und 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 schon wieder wieso kommt das ich habe jetzt eine erst aufgestellt und das wurde nur noch das war ja saugrossenschlecht so warten wir immer noch auf die hayley bis die hier rauskommt irgendwann muss die hier mal rauskommen die kann ja nicht den ganzen tag dran sitzen ansonsten wäre die ja ich okay oh es wird langsam dunkel ok da muss ich mich jetzt wieder dran gewöhnen siehst du ist bisschen 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 einfacher ganz 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 kleines bisschen nein 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 ok blaubarsch bist du jetzt raus gekommen aha hallo oh du bist das neue baum mädchen oder so nicht hä oh ich bin hayley wenn du nicht diese entsetzlichen klamotten tragen würdest wärst du vielleicht sogar recht hübsch wobei vergiss es äh danke oder so äh sag hallo ok jetzt brauchen wir bloß noch zwei leute wo wir genau die finden oder wie wir da genau hinkommen weiß ich nicht so ganz aber wir gehen jetzt erstmal zurück denn es wird etwas spät es ist 20 uhr oh wir sehen auch hier sehe ich gerade äh was für ein wetter wir haben also wir sehen es ja sowieso ich denke mal das ist was wir irgendwo drin sind könnten wir es dann auch noch sehen ok wir sind blaubarsch verkaufen hier einmal hier rein und einmal ins bett ja ich möchte ins bett gehen sammeln stupe 1 plus 1 axt effektivität bäume lassen manchmal samen fallen neues herstellungsrezept wilde saat frühling neues herstellungsrezept müsliriegel oh cool oh anderes das können wir sogar verkaufen na dann verkaufen wir das ab jetzt immer vierter tag im frühling dein fortschritt wurde gespeichert guten morgen oh wir müssen das gießen so da sind wir jetzt oh da sind wir jetzt in weisen hier da wird das natürlich alles noch gießen müssen schubs 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 und schubs und schubs und schubs und hier noch und hier noch so wie das funktioniert weiß ich um kindes willen nicht so gucken wir doch noch mal kurz nach oh das ist die falsche taste gucken wir doch noch mal kurz nach genau hier ah da haben wir Level 1 ähm so aha aha ich glaube Sebastian ja das ist der Sebastian wir wissen nicht wer das ist wir wissen auch nicht wer das ist und gucken wir doch mal ob wir mit dem Sebastian reden können mittlerweile oder nicht das wäre ja jetzt noch äh der kommt halt nicht aus seinem Zimmer raus und wenn er rauskommt dann wissen wir nicht wo er ist das Leben ist hart hart und unfair ich glaube wir hätten einfach äh woanders wir hätten einfach ähm von hinten rum gehen sollen aber zu spät ok gehen wir doch mal nach oben und gehen wir doch mal dahin die Hayley sieht übrigens super super Mist super 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 hübsch aus finde ich wen findet ihr oder wer findet ihr sieht hier hübsch aus ich zeig euch kurz nochmal äh von den Leuten die wir kennengelernt haben ähm wer findet ihr sieht hübsch aus emily pam maru lea penny hayley jaz evelyn jody caroline caroline abigail marni robin oder robin ja von den äh von den mädchen mal wen findet ihr oder den den frauen wen findet ihr da am schönsten also mir gefällt die abigail wirklich ich und die hayley gefallen mir da wirklich vom aussehen her am besten ich finde sie sehen ganz hübsch aus ok dann angeln wir hier mal bis es 9 uhr ist dann können wir da reingehen so aha treffer so ganz vorsichtig ganz vorsichtig wir wollen ja den fisch einfangen ganz vorsichtig ganz vorsichtig ganz vorsichtig ganz vorsichtig oh das war nicht so vorsichtig wie ich das geplant hatte ganz vorsichtig ganz vorsichtig jetzt komm schon fischi wir können das das hat so lange gebraucht es ist immer noch nicht läufig dann nochmal probieren wir das ganze nochmal und hoffen wir das jetzt hoffentlich haben wir jetzt mehr glück es ist ja nicht schon so als ob es hier heiß genug wäre hier drin jetzt muss ich mich auch noch konzentrieren ey oh guck mal oh ein neuer Rekord oh das war nicht so es war nicht so prickelnd jetzt ist aber gleich ein 9 dann laufen wir doch schon mal ganz langsam hier rü- oh falsch rum ganz langsam hier rüber und jetzt ist es auch schon oh das hat einen stern das heißt wenn wir das verkaufen dann kriegen wir mehr ge- ok hallo hey was machst du einen netten spazierer ja sozusagen ah ok da ist er jetzt drin wir gehen jetzt erstmal zu harvey shop und gucken also wo abigail auch wohnt abigail 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 ihr wisst schon die mit den lila haaren gehen wir da auf jeden fall hin und äh gucken oh hallöchen die luft wird langsam wärmer ich bin aufgeregt du die luft hier ist so heiß dass ich am liebsten nicht mehr möchte äh ich glaube Aushilfe gesucht nur für mädchen pssst ich brauche herring du weißt wofür behalte es für dich ok hayley 90 g bei lieferung macht hayley glücklich die möchte bestimmt einen heringsalat machen ah hier for sale rucksack verbesserung 24 plätze ist so teuer ah er hat aber auch samen hier es steht sogar glaube ich dran ja in vier ta wächst in vier tagen heran wächst in zehn tagen heran ja da steht wirklich einiges Apfelsetzling Pfirsichsetzling wächst in 28 tagen früche wachsen nur wenn die acht umliegenden felder leer sind katalog bringt die unlimitierten zugriff auf alle tapeten und böden bequem von deinem haus aus oh 30.000 wow das ist ein bisschen ein bisschen teuer man ein bisschen teuer man man ok gehen wir doch mal zurück und gehen ein bisschen angeln wie wir das gerade schon hatten dann können wir ja so ein bisschen mehr ein bisschen mehr Fisch verkaufen zum Beispiel gehen da rein so hier ist die Angel wir haben es ja hier gut ok wir haben es ja hier gut weil wir ja direkt hier so viel Wasser haben weil wir es ja so ausgesucht haben dass wir hier direkt angeln angeln können und jetzt müssen wir bloß noch warten und warten und warten bis er lieber Fisch beißt ich habe immer das Gefühl dass die da wo man wohnt nicht zu schnell beißt oh ich habe eine Cola gefunden also wenn die wenn die verschlossen ist dann ist die bestimmt gut aber wenn die offen ist dann schmeckt die bestimmt nach nach Fisch oder nach was anderem nach Dreck oder sowas oh treffer cool nein ganz vorsichtig das guck und noch mal hier rein Okay, dann müssen wir wieder nur kurz warten, bis, genau, oh, schon wieder Nikola, sag mal, okay, gut, dann kommt der Fisch hier rein, kommt der Fisch hier rein, und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, falls es euch gefallen hat, vergesst nicht, mich zu abonnieren, um ein Teil der Filmmas von mir zu werden, und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, welches Mädchen ihr am hübschesten findet, und ja, das war es jetzt von mir, bis dahin, eure Käsekuchen, tschüss!